Herzlich willkommen am 22. Januar 2024. Schönes neues Jahr nochmal in die Runde. Entweder seid ihr live dabei oder schaut euch später die Präsentation an, die im Endeffekt zusammenfasst, warum Earnworld tatsächlich the place to be ist. Also derzeit ein Momentum generiert, was seinesgleichen sind, schlichtweg, weil es das absolute führende AI, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence Trading Tool ist, mit einer angeschlossenen Empfehlungskomponente, also auch einer Art Netzwerk- oder Affiliate-Programm dabei. Und in der Kombination kein zweites Mal zu finden. Die zehn Punkte möchte ich mit euch durchgehen und das geht natürlich als erstes los, was gerade in diesem Markt immer wichtig ist, dass man auf der einen Seite gerne ganz früh dabei sein will, auf der anderen Seite aber auch am liebsten Sicherheit hätte, dass die schon ein bisschen wissen, was sie tun. Und das haben wir hier beides. Auf der einen Seite, das seht ihr gleich in Punkt 10, startet Earnworld offiziell in der ersten Februarwoche in Istanbul mit vielen, vielen Menschen aus der ganzen Welt, die das erleben werden. Aber unser Service besteht bereits seit acht und mehr Jahren. Das ist also keine Start-up-Firma in dem Sinne. Die Ergebnisse mit 400 und mehr Billionen Dollar, das ist jetzt die amerikanische Schreibweise, Milliarden, würden wir sagen, an Volumen, an Trading bisher, rund zwei Milliarden pro Monat, rund 5000 Trades pro Monat. Das kann man, glaube ich, sagen, ist Erfahrung und ich muss mich nicht auf irgendetwas einlassen, wo ich hoffe, dass es gut ist, weil es vielleicht sogar besser klingt, weil es dir vielleicht sagt, wir machen auch mal gerne Prozent am Tag. Die Frage ist immer, wie lange denn? Der zweite Punkt, ihr Lieben, ist, dass in dieser Zeit, seit es unsere Kooperationspartner auf dem Markt gibt, die alle transparent googlebar sind, immer, immer zwischen vier und zwölf Prozent pro Monat erwirtschaftet worden sind. Auch teilweise Ausreißer nach oben, außer Frage. Der zweite Teil dieses Punktes ist viel entscheidender, auch in schwierigsten Marktbedingungen. Beispielsweise, wenn wir im Schnitt 7, 8 Prozent haben, diesen Monat wahrscheinlich einen neuen Rekord aufstellen, den Monat Januar, dann haben wir in unserer Zeit das schlechteste Ergebnis im September letzten Jahres gehabt, mit 5, irgendwas Prozent, wo man dann sagt, oh, das ist immer weit entfernt von diesen 8 Prozent im Schnitt. Schon, wenn man aber dann weiß, dass in diesem September viele dieser Bots, dieser Skripte, die für dich trägen, die draußen buchbar sind, bis zu 60 Prozent Minus gemacht haben, weil der Markt so volatil und so unvorhersehbar war, dann ist das richtig genial. Also gerade auch in schwierigsten Marktbedingungen, durch die Strategien, die angewendet werden, immer dieses Ergebnis erzielt. Der Punkt 3 ist, dass ich das bisher eigentlich als Normalo nicht hätte nutzen können. Es war schlichtweg nur für Großinvestoren. Das ging gar nicht darum, dass ich ein Minimum Einlage oder Investment tätig musste. Hier darf ich ja von Investment reden bei den Mitbewerbern. Sondern die Gebühren, die die verlangt haben, um diese Artificial Intelligence zusammen mit vielen, vielen Profis, also immer unter den Augen von Trading-Profis, die so einen Bot erst starten, um das in Anspruch nehmen zu können, muss ich sehr viel Geld bezahlen. Einige Tausend bis zu 25.000 Euro oder Dollar pro Monat, damit ich dann tatsächlich Geld einzahlen kann, das für mich dann diese Ergebnisse erzielt. Durch die Kooperation, die entstanden ist, und in einem der nächsten Punkte seht ihr die Kooperation genau, ist das jetzt tatsächlich massentauglich geworden. Was wichtig ist für ein Vertriebsmodell, was angetreten ist, wirklich ein paar Millionen User aufzubauen bis Ende des Jahres. Wenn unsere Blockchain startet, dazu gleich mehr. Deshalb kann es bei uns bereits genutzt werden. Ab 100 Dollar, nach oben hin, gibt es keine Grenzen. Der Punkt 4 ist, dass alles, was ich in unserer hauseigenen App, da kommen wir auch gleich noch zu, deponiere, nachdem ich das Produkt gekauft habe und dort für mich arbeiten lasse, keinerlei Haltefrist vorherrscht. Das heißt, kein Lock-up, wie der Amerikaner sagt. Die Summen, die ich dort einzahle und die Profite sind immer und komplett verfügbar. Meine Einzahlung und mein Profit. Das heißt, wenn ich diversifiziere innerhalb Earnwards und sage, okay, ich habe zur Verfügung 10.000 Dollar, davon mache ich vielleicht 5.000 oder 6.000 in unser Haus- und Hofprodukt, weil es die höchste Rendite entzieht, die höchsten Profite generiert. Und die anderen 4.000 oder 5.000 zahle ich in unser Wallet ein, wo es weniger generiert. Im Schnitt kann ich sagen, die Hälfte, wenn ich mal einen groben Schnitt ziehe, wenn die unser Infraprodukt, liebe Gäste oder liebe Interessenten, 8% im Monat macht, dann macht unsere App 4% im Monat. Das ist immer noch sagenhaft, aber es ist halt auch nur halb so viel. Deshalb ist die Kombination sehr schön. Aber Fakt ist, alles, was ich hier einzahle, ist immer für mich verfügbar. Und der fünfte Punkt, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man mal so eine Zahl vor Augen gehalten bekommt, weil kaum jemand hat tatsächlich eine Idee, was es mit der Power des Compoundings, dieses Zins und Zinseszins auf sich hat. Wenn ich also sage, beispielsweise 10.000 Dollar kaufe ich mir in unser Earnward-Produkt, in unsere Infra oder bezahle ich für unsere Infra und ich brauche gar nichts rausnehmen, was ich kann, all meine Profite stehen permanent zur Verfügung, dann hat es das Potenzial, durch diesen Zins und Zinseszins nach 5 Jahren eine Million zu werden. 10.000 Dollar in 5 Jahren eine Million. Könnt ihr alles nachrechnen über die vielen, vielen Webseiten, die so Compounding-Rechner anbieten. Das ist mal eine Hausnummer und ein Horizont von 5 Jahren in dieser schnelllebigen Zeit, das kriegen auch einige hin. Und eine Million, da klingelt schon immer noch ein bisschen was, wenn ich das tatsächlich einfach mal vielleicht umschifte von einer dusseligen Lebensversicherung in etwas Sinnvolles, mag das eine ganz gute Idee sein. 10.000 Dollar, eine Million nach 5 Jahren, wenn ich keine Profite rausziehe, sondern sie alle aufstocke, 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 um sie für mich auch arbeiten zu lassen. Punkt 6. Jetzt gibt es diesen angeschlossenen Referral-Plan, den Empfehlungs-Marketing-Plan. Ganz kurz für dich, der das vielleicht zum ersten Mal heute hörst. Earnworld ist angetreten mit der eigenen Blockchain, die Ende des Jahres startet, eine höchst oder eine größtmögliche Community aufzubauen. Wir wollen dort einige Millionen, 1,2 Millionen User gibt es heute schon, oder 1,3 inzwischen. Wir wollen möglichst 2, 3, 4 Millionen haben. Das heißt, was liegt da näher, als zu sagen, hier ist so viel Musik drin, dass ich auch Gewinne ausschütten kann an Menschen, die uns helfen, diese Community aufzubauen. Die einfach sagen, hey, lieber Nachbar, lieber Social-Media-Kontakt, Arbeitskollege, whatever. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Schau dir das mal ein. Nimm dein Casino-Geld und probiere es mal aus. Hier ist meine Ergebnisse. Guck dir das mal an. Vielleicht gefällt es dir auch. Wenn ich nämlich dann jetzt diesen Empfehlungsplan einsetze, dann reduziere ich meinen eigenen Einsatz entsprechend um beispielsweise 10, 18 oder mehr Prozent. Da zeigt dir dein Gastgeber und unsere Trainings, wie das funktioniert. Und wenn du jetzt Compounding betreibst, also das gleiche Spiel, aber nun immer wieder mit den Gewinnen, die du generierst, unser Haus und Hochprodukt, die sogenannte Infra-Kaufs, dann kannst du in dem Karriereplan jede Karrierestufe bis zum Schluss generieren. Selbst wenn du selber keinen neuen Kunden gewinnst. Und seit ich das erzähle, sponsern Menschen noch viel, viel mehr. Aber ich nehme ihnen die Angst. Ich sage, selbst wenn du sagst, ich kenne keinen, ich wohne im Keller und ich mag auch keine fremden Menschen so ungefähr. Oftmals sind das ja dann die, die am meisten tun, die am Anfang sagen, lass mich bloß mit solchen Empfehlungsmarketing-Dingen in Ruhe. Fakt ist, wenn du das für dich aufbaust, auf drei Beinchen, was deine Familie symbolisiert und du die Profite nimmst und sie wieder reinvestierst, ohne frisches Geld zu nehmen, wirst du sukzessive durch den Karriereplan gehen, wer dir Rangprovisionen, Uni-Level und sogar eine Firmenbeteiligung bezahlt. Hochspektakulär. Punkt sieben, das Angebot ist weltweit rechtskonform. Auch heutzutage vielleicht ein Punkt, wenn ihr selber mal schaut, was so auf dem Markt jeden Tag neu hinzukommt. Und ich übertreibe nicht, es ist auch mehreres jeden Tag weltweit, was in diesem großen Segment hinzukommt. Aber hier hast du eine weltweite rechtskonform, das sich so darstellt, dass jedes Produkt, jede Infrastruktur, die du bei uns kaufst, es ist eine Mischung aus Software, Hardware, Lizenz mit dem Besonderheit versehen, dass die sogar für dich arbeitet, dass das nicht nur einmal weggeschobenes Geld ist, sondern dass das für dich arbeitet. Und du bekommst eine Rechnung jedes Mal, wenn du eine solche Infra kaufst. Der Punkt acht ist ganz entscheidend für Profis, zu sehen, hey, vielleicht kann ich sogar was davon lernen. Das machen wir natürlich nicht in Echtzeit, denn das, was hier in acht Jahren entstanden ist, ist wahrscheinlich Milliarden wert an Daten und an Erfahrungen. Aber wir geben regelmäßig die Trading-Daten, die Trading-Aktivitäten, die Order, die Positionen, die Coins, die unsere Profis ausgewählt haben, transparent bekannt und zwar auf der Blockchain hinterlegt. Und zwar auf unserer hauseigenen, plus auf der Binance und auf der Ethereum Blockchain. Auch das gibt es ein zweites Mal auf diesem Planeten nicht. Dann die Earnworld-App, das ist Punkt neun, die du brauchst, die installierst du aus dem Google Play Store oder aus dem schönen i-Store, wie heißt das Ding, App Store von Apple, bietet dir sicherstes, sicheres, viele sagen absolut führend, nämlich durch Certik geauditet und zu 100% ein dezentrales Verwahren deiner Krypto auch. Das heißt, wir haben drei Ansatzpunkte. Wenn du unsere App runternälst, hast du erst einmal ein dezentrales Wallet, das Earnworld-Wallet, wo du die alles entscheidenden Coins einfach sicher verwachst. Sicherer als auf jeder Börse, denn die sind zentral, wie wir wissen. Dann hast du aber auch, und das wird gerne vergessen, mit dem Einkauf unserer Infra, ein Staking-Angebot auf acht, neun Coins, da kommen einige noch hinzu, die dir bis zu dreimal mehr an Rewards, an Belohnungen bezahlen, als sie marktüblich sind. Ich war heute noch in Binance, ich habe dort die Coins, die wir nicht anbieten drin, dann mal wieder geschaut, was wird denn dort eigentlich bei Cardano beispielsweise angeboten, bei BNB, bei Polkadot, bei Polygon-Matic. Wir sind so weit vorne hier. Und das ist ein Feature, was auch kein Lockup hat. Du kannst es in Staking geben, du holst dir deine 10, 15, 20 und mehr Prozent pro Jahr, jede Woche ausgezahlt und jederzeit verfügbar, sowohl deine Coins als auch die Staking-Gewinne. Und last but not least, hast du Zugriff zu unserer Trading-AI, kannst monitoren, was mit den Einzahlungen in der App passiert. Jeden Tag siehst du dort deine Ergebnisse, deine Gewinne, jeden Tag kannst du jeden Tag ein- und auszahlen und das Ganze ohne Haltefrist. Und last but not least, Punkt Nummer 10, das ist für den Vertriebler interessant, denn der offizielle Start ist der 3. Februar diesen Jahres. Wenn du die Aufzeichnung schaust, war es das vielleicht schon. Wenn du jetzt live dabei bist, ist das in zwei Wochen rund. Dann geht's los. Am 3. Februar, das ist der dritte Tag unseres großen Eröffnungsevents in Istanbul. Dort auf der Bühne wird der offizielle Start von Earnworth stattfinden. Das bedeutet wirklich, von Beginn an dabei zu sein, aber mit vielen Monaten Earnworth-Erfahrung in der Pre-Launch-Phase und vielen Jahren Trading erfahren durch unsere Kooperationspartner. Und unsere eigene Blockchain, die geht Ende des Jahres live und das wird nochmal den nächsten großen Hype auslösen. Da sollten wir, glaube ich, alle von Haus gehen. Das sind die zehn Punkte, die ich meinen Interessenten, meinen Gästen, meinen Freunden mitteile, warum ich das mache. Das gelingt mir ganz gut. Völlig egal, ob das Kaffee-Klatsch-Bräuminnen von meiner lieben Frau sind, die hier sich in Dubai jeden Montag treffen, ob das Arbeiter sind, die hier gerade an der Villa rumfummeln. Es ist mit 100 Dollar für jeden machbar. Und das Ergebnis und die Dankbarkeit, die dann einem entgegengebracht wird, ist schon wirklich schön. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Viel Erfolg mit Earnworth. Jetzt bitte an den Gastgeber wenden, der dir den Link zu diesem Video gezeigt hat. Dann kriegst du noch viel mehr Details und auch weitere Tipps und Tricks, wie du das am wichtigsten einsetzen kannst. Und dann können wir uns vielleicht montags treffen, denn immer montags ist unsere Live-Veranstaltung und dann steht jetzt im März die nächste große, weltweite Roadshow an. Grüße aus Dubai. Ja, viel Erfolg und herzlich willkommen bei uns im Team CAT 788 bei Earnworth.